Die Oberarme werden nahe den Händen auf den Barrenholmen aufgelegt. Die Ellenbogen werden aktiv heruntergedrückt, sodass ein Arm-Rumpfwinkel von 90 Grad entsteht. Der Kopf ist während der Gesamtkörperstreckung in Verlängerung des Rumpfes. Im Vorschwung wird die Hüfte leicht gebeugt. Gleichzeitig werden die gestreckten Beine in Richtung der Holme geführt. Der gesamte Körper schwingt nun bis auf Höhe der Barrenholme oder höher. Der Blick ist auf die gestreckten Füße gerichtet. Im Zurückschwingen in die Senkrechte wird die leichte Hüftbeugung in eine Ganzkörperstreckung umgewandelt. Dabei ist ein fester Griff der Hände besonders wichtig. Der Körper schwingt nach Passieren dieser Senkrechten mit einer leichten Überstreckung der Hüfte in den Rückschwung. Es folgt eine Überstreckung des Hüftgelenks und ein aktives Hochführen der Beine. Nach einem abrupten Abbremsen der Beine auf Holmhöhe haben wir eine Entlastung auf Armen und Händen, sodass die Stemmarbeit der Arme mittels einer Vorverlagerung der Schulter beginnen kann. Wir sind in der Rückstrungsposition. Der Kopf ist geradeaus in Verlängerung der Wirbelsäule. Nach Erreichen dieser Stützposition schwingt der Körper nach.